Die Qualität deines Blutes spielt eine zentrale Rolle für deine allgemeine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Es transportiert lebenswichtige Nährstoffe und Sauerstoff zu den Zellen und entfernt Abfallstoffe und Toxine aus dem Körper. Ein sauberer und gut funktionierender Blutkreislauf kann dazu beitragen, das Risiko von Krankheiten zu verringern, die Energie zu steigern und das Immunsystem zu stärken. In diesem Video stellen wir dir neun weniger bekannte Lebensmittel vor, die dein Blut auf natürliche Weise reinigen und entgiften können. Diese Nahrungsmittel bieten nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern sind auch leicht in deine tägliche Ernährung zu integrieren. Entdecke, wie du mit einfachen Mitteln deine Blutqualität verbessern und somit deine Gesundheit positiv beeinflussen kannst. Hier sind neun Lebensmittel, die dein Blut natürlich reinigen. 1. Rote Beete Rote Beete ist eine wahre Powerknolle, wenn es um die Reinigung des Blutes geht. Sie ist reich an Antioxidantien und Nährstoffen wie Eisen, Kalium und Ballaststoffen. Diese Wurzel unterstützt die Leber bei ihrer Entgiftungsarbeit und verbessert die Blutzirkulation. Die enthaltenen Nitrate in roter Beete fördern die Produktion von Stickstoffmonoxid, das die Blutgefäße erweitert und so die Durchblutung verbessert. Ein regelmäßiger Konsum von Rote Beete-Saft oder die Zugabe von Roter Beete zu Salaten und Smoothies kann helfen, dein Blut zu reinigen und deine allgemeine Gesundheit zu fördern. 2. Knoblauch Knoblauch ist nicht nur ein beliebtes Gewürz, sondern auch ein mächtiges Naturheilmittel. Er enthält Alicin, eine Verbindung, die stark entzündungshemmend und antioxidativ wirkt. Knoblauch Knoblauch hilft, schädliche Toxine aus dem Blut zu entfernen und unterstützt die Leber bei ihrer Entgiftungsfunktion. Zusätzlich verbessert Knoblauch die Blutzirkulation und kann den Blutdruck senken. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, täglich ein oder zwei rohe Knoblauchzehen zu verzehren. Wenn roher Knoblauch zu intensiv für dich ist, kannst du ihn auch in gekochten Gerichten verwenden oder als Knoblauchöl an Salate geben. 3. Cranberries Cranberries sind kleine, kraftvolle Beeren, die reich an Antioxidantien und Vitamin C sind. Sie unterstützen die Gesundheit des Harntrakts und können Infektionen verhindern, die das Blut belasten könnten. Die antioxidativen Eigenschaften der Cranberries helfen, freie Radikale zu bekämpfen und den Körper von Toxinen zu befreien. Regelmäßiger Verzehr von frischen Cranberries oder ungesüßtem Cranberry-Saft kann dazu beitragen, dein Blut sauber und gesund zu halten. Versuche Cranberries in Smoothies, Müslis oder Salaten zu integrieren, um von ihren gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren. 4. Koriander Koriander ist mehr als nur ein Küchengewürz, er ist ein starkes Entgiftungsmittel. Koriander kann helfen, Schwermetalle wie Quecksilber aus dem Blut zu entfernen, die sich durch Umwelteinflüsse und Ernährung im Körper ansammeln können. Die regelmäßige Verwendung von Koriander in Salaten, Smoothies oder als Garnierung kann die Blutreinigung fördern und gleichzeitig den Geschmack deiner Gerichte verbessern. Koriander enthält auch viele Vitamine und Mineralstoffe, die deine allgemeine Gesundheit unterstützen. 5. Dunkles Blattgemüse Grünkohl, Spinat und andere dunkle Blattgemüse sind wahre Kraftpakete, wenn es um die Reinigung des Blutes geht. Sie sind reich an Chlorophyll, das hilft, Toxine und Abfallstoffe aus dem Blut zu entfernen und die Sauerstoffversorgung zu verbessern. Diese Gemüsesorten enthalten auch viele Vitamine und Mineralstoffe, die die allgemeine Gesundheit fördern. Ein täglicher grüner Smoothie oder ein Salat mit dunklem Blattgemüse kann einen erheblichen Beitrag zur Blutreinigung leisten. 6. Brennnessel Die Brennnessel ist eine oft unterschätzte Pflanze mit starken entgiftenden Eigenschaften. Sie wirkt blutreinigend und fördert die Entgiftung der Leber. Brennnesseltee kann helfen, das Blut von Schadstoffen zu befreien und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Die regelmäßige Einnahme von Brennnesseltee oder die Zugabe von frischen Brennnesselblättern zu Smoothies sind einfache Möglichkeiten, von dieser Pflanze zu profitieren. Brennnesseln sind auch reich an Eisen, was besonders für die Blutbildung wichtig ist. 7. Avocado Avocado ist nicht nur lecker, sondern auch reich an gesunden Fetten, Vitaminen und Antioxidantien. Sie enthält Glutation, ein starkes Antioxidans, das die Leberfunktion unterstützt und hilft, Toxine aus dem Blut zu entfernen. Regelmäßiger Verzehr von Avocado kann die Blutzirkulation verbessern und die allgemeine Gesundheit fördern. Eine halbe Avocado pro Tag, ob in Salaten, auf Toast oder in Smoothies, kann sehr vorteilhaft sein. Avocadoöl ist ebenfalls eine gute Alternative und kann in Salatdressings oder zum Kochen verwendet werden. 8. Löwenzahn Löwenzahn ist ein weiteres kraftvolles Entgiftungsmittel, das die Leberfunktion unterstützt und die Blutreinigung fördert. Die Blätter und Wurzeln des Löwenzahns enthalten Vitamine und Mineralstoffe, die helfen, Toxine zu eliminieren. Löwenzahntee oder die Verwendung von Löwenzahnblättern in Salaten kann die Gesundheit des Blutes unterstützen und gleichzeitig die Verdauung fördern. Löwenzahn kann auch als Extrakt oder in Kapseln eingenommen werden, wenn du den Geschmack nicht magst. 9. Grapefruit Grapefruit ist reich an Vitamin C und Antioxidantien, die das Immunsystem stärken und die Blutreinigung unterstützen. Die Frucht enthält Naringenin, eine Verbindung, die die Leberfunktion verbessert und die Entgiftung des Blutes fördert. Eine halbe Grapefruit pro Tag oder frischer Grapefruitsaft kann helfen, das Blut zu reinigen und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Du kannst Grapefruit auch in Salaten oder als Snack genießen, um von ihren vielen Vorteilen zu profitieren. Zusammenfassung. In diesem Video haben wir neun weniger bekannte Lebensmittel vorgestellt, die auf natürliche Weise zur Reinigung deines Blutes beitragen können. Von der kraftvollen Wirkung der Roten Beete, über die antioxidativen Eigenschaften von Cranberries bis hin zur entgiftenden Kraft von Koriander. Jedes dieser Lebensmittel bietet einzigartige Vorteile für deine Gesundheit. Die regelmäßige Integration dieser Nahrungsmittel in deine Ernährung kann helfen, dein Blut zu entgiften, die Blutzirkulation zu verbessern und dein allgemeines Wohlbefinden zu steigern. Es ist wichtig, eine abwechslungsreiche Ernährung zu haben und verschiedene dieser Lebensmittel regelmäßig zu konsumieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir hoffen, dass dir dieses Video wertvolle Einblicke und praktische Tipps zur natürlichen Blutreinigung gegeben hat. Teile deine Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es bitte mit Freunden und Familie und denke daran, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Gesundheitstipps zu verpassen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.